Hallo du Liebe, hallo du Liebe. Heute mal wieder ein anderes Video und zwar geht es um das Thema Selbstwert, wie es ja schon unten steht. Ich möchte dieses Thema einmal ansprechen, weil es momentan sehr relevant ist im Kollektiv. Ich sehe es ja in den Allgemeinlegungen, genauso wie in den privaten Legungen. Es ist einfach sehr prägnant momentan und deswegen wollte ich das Video einmal aufdröseln, dann einmal Selbstwert in Bezug auf deinen Herzensmensch, wenn du einen Herzensmensch hast und in Bezug auch auf dich auf Single, wenn du keinen Herzensmensch hast. Dann kann es aber trotzdem relevant sein mit den Herzensmenschen, zum Beispiel in Bezug auf Dating. Also ich würde sagen, wir fangen dann auch mal gleich an. Ich habe mir hier wieder einen kleinen, wenn ich da unten gucke, Spickzettel gemacht, damit das nicht so total wahllos wird, sondern etwas strukturiert ist. Und ich möchte das auch nicht allzu lang halten, weil ich bin da jetzt nicht so der Freund von diesen langen Blabla-Videos, ist auch mal ein bisschen langweilig, finde ich. Deswegen fangen wir auch mal gleich an. So, wir haben einmal, genau, Thema Selbstwert. Was bist du dir denn eigentlich wert und kennst du selbst eigentlich deinen Wert? Also wir fangen erst mal an in Bezug mit deinem Mit-Herzensmensch, wenn du jemanden hast, zum Beispiel deinen Selbstwert, kannst du daran herausfinden, ob du dein Leben für dich lebst oder eben viel bei deinem Gegenüber auch bist. Das heißt, kontrollierst du viel online. Du hast was geschrieben, ja? Und jetzt sitzt du die ganze Zeit da und wartest auf die Nachricht und es kommt keine Antwort. Also guckst du ständig auf dein Handy. Wann war RCS zuletzt online? Hat RCS was bei Facebook, Instagram, WhatsApp-Status gepostet? Vielleicht hat RCS es noch gemacht und du bist völlig aus deinem Häuschen, weil denkst dir, okay, er hat Zeit oder er, sie hat Zeit zum Posten, aber kann mir nicht antworten. Also da merkt man schon, da ist kein Selbstwert da. Das heißt, der Fokus ist nicht bei dir. Das heißt, du bist nicht in deiner inneren Königin, ja? Weil wenn du in deiner inneren Königin bist, die Einstellung, die du dann hast, ist, du schreibst gleich eine Nachricht, du kommst ja gar nicht auf die Idee zu gucken, weil du denkst dir, ich kenne meinen Wert. Und wenn diese Person mir nicht antworten möchte und mir nicht Lebenszeit von sich schenkt oder Aufmerksamkeit von sich selbst schenkt, ich kenne ja meinen Wert, ich weiß, was ich wert bin und ich weiß, dass ich es verdient habe und wenn die Person das eben nicht macht, dann verpasst diese Person was, weil du bist nämlich das Geschenk eines anderen im Leben, ja? Und wenn diese Person es nicht erkennt, hat es dich nicht verdient, ja? Und sowas ist das, was ich meine, mit Selbstwert. In deiner Königin, Königsenergie, je nachdem, zu sein und einfach deinen Wert zu erkennen und nicht Menschen noch hinterher zu rennen, in dem Sinne, auch wenn du jetzt nicht schreiben solltest, nochmal, wieso antwortest du nicht, dann trotzdem, die spüren das energetisch, die spüren das, wenn du kontrollierst, ja? Und dass es für die die Energie ist, das kann ich dir auch beschreiben, zum Beispiel, die Situation hattest du bestimmt auch schon mal, du hast vielleicht jemanden kennengelernt und warst vielleicht auch ein paar Dates, aber ist eine ganz nette Dame her, wie auch immer und eigentlich gibt es da auch nichts Negatives, so, deine Checkliste von etwa ist überall Haken dran, aber irgendwas ist so, boah, nee, vielleicht warst du mal, also versuch dich dann mal andersrum zu denken, wenn du wieder den Impuls hast zum Kontrollieren. Du bist zum Beispiel, was weiß ich, beim Töpf fahren, Yoga, Kurs oder bist mit Freunden unterwegs und, ähm, oder du kommst aus dem Sportschule raus, guckst auf dein Handy, ist eine Nachricht drauf. Du bist vielleicht aber vor ein Studio oder wo auch immer du bist, triffst du vielleicht eine alte Freundin, Freundin und die sagen dann, ey, cool, dass du hier bist, Mensch, hast du nicht kurz Zeit, wollen wir nicht irgendwie Kaffee trinken oder was essen gehen, bla bla, so, gehst du mit denen essen und stell dir mal vor, da ist jetzt ständig jemand und schreibt dir vielleicht eine Nachricht, wo bist du, was machst du, wieso antwortest du nicht, vielleicht postest du noch ein Bild in deinen Status vom Essen, weil du gerade essen bist und freust dich voll auf dein leckeres Essen, was du bestellt hast, ja, und dann, äh, die andere Person, mit der du vielleicht am Daten bist, äh, schreibt dann, ja, schön, dass du Zeit hast zum, äh, Essen posten, aber mir nicht antworten kannst, aber vielleicht hast du das in dem Moment nicht so gemeint, sondern du wolltest einfach dieser Person in Ruhe antworten und nicht zwischen Baum und Borke, zwischen den Freunden, wo du dich ja auch freust, dass du die wiedersehst und mit dem Zeit verbringen kannst, ne, also, das heißt, du selbst meinst das gar nicht negativ und gar nicht abwertend, aber in dem Moment ist das doch voll nervig, wenn das Gegenüber dann einen so auf den Keks geht und auch wenn du nicht schreiben solltest, wenn du dann ständig kontrollieren solltest, man spürt das und das meine ich, wenn du schon mal jemanden hattest, der so war, der sehr, da, ha, wie geht's dir und guten Morgen, guten Mittag und gute Nacht, mhm, und wieso antwortest du nicht und kontrolliert dann hundertmal, wann du online warst, du spürst das, auch wenn diese Person nicht schreit, du spürst das und das in dem Moment fühlst du dich eingeengt, energetisch von denen und gehst erst mal so zurück, ne, weil das willst du ja gar nicht, das will ja keiner eingeengt sein, ja, und das ist das, was dir auch, wenn ihr nicht schreiben solltet oder euch nicht anrufen solltet oder was auch immer, die spüren das energetisch. Das heißt, das nächste Mal, wenn du den Impuls hast zu schauen, was macht RZS, erst mal atmen, atmen, durchatmen, ablenken, versuch dich abzulenken, versuch dich nicht da reinzusteigern in diese Gedankenwolke, ins Gedankenkarussell, oh, der ist jetzt da mit irgendwen unterwegs, der hat jetzt, oder RZS, hat da was gepostet, mit wem ist RZS unterwegs, was macht RZS, bla bla bla, nein, du kennst dein Werk, Fokus zu dir, du bist ein König, du bist eine Königin, ja, und wie gesagt, vielleicht meint die Person das noch nicht mal so, sondern will einfach nur sich Zeit nehmen, dir zu antworten oder für dich vielleicht sogar abends anrufen, statt zu schreiben, ja, das, das weißt du ja alles gar nicht, deswegen entspann dich mal und hab mal deinen Fokus auf dein Leben, versuch dein Leben weiterzuleben und ich weiß, das ist schwer, ich weiß es, ich weiß, wovon ich rede, glaub mir, ich weiß es, ja. Genau, das ist eben die Energieübertragung und versuch da wirklich in deine Unabhängigkeit zu kommen, weil gleichzeitig bist du dafür ja auch viel attraktiver für den Gegenüber, denkst du so, wow, bist hier voll am Leben, lebt hier sein Leben ohne mich, RZS, ich möchte aber auch ein Teil von dem Leben sein, aber, hm, Mensch, cool, ja, die geht gar nicht, der RZS geht mir gar nicht so auf den Keks, die macht einfach ihr Ding, RZS zieht voll durch, voll cool, also klar, unabhängig, das findest du ja, überleg mal, was du am Partner möchtest, du möchtest ja auch nicht einen, der dir ständig am Bein klebt, ne, also ich übertreibe jetzt natürlich, ja, also das willst du ja nicht, ja, deswegen Unabhängigkeit, ja, ist wirklich so wichtig, genau, also wie gesagt, das ist jetzt für die, die ein Herzensmensch haben oder auch am Daten sind, ist natürlich auch relevant und wichtig, wie gesagt, ihr hattet das bestimmt alle schon mal die Erfahrung, dass ihr jemanden hattet, wo eigentlich alles ganz gut liegt und ihr aber immer so, hm, ah, nee, also irgendwie kommt da für mich nichts oder euch irgendwie erdrückt gefühlt hat, aber in der weltlichen Welt sozusagen hast du jetzt nichts mitbekommen, dass er, er oder sie dich irgendwie kontrolliert hat oder festgehalten hat, aber es ist die Energieübertragung, es ist die Energieübertragung, glaubt es mir, auch wenn es nicht sichtbar oder greifbar ist, es ist die Energie, ja, so. Dann schauen wir einmal für die ohne Herzensmensch, ist aber auch interessant für die, die ein Herzensmensch haben, genau, also ihr könnt euch einmal aufschreiben, was ist denn mein Wert, ne, schreib es dir auf, also ich bin ein großer Fan von aufschreiben, schreib es dir auf, ich bin es mir wert, einen Partner zu haben, der mir Aufmerksamkeit geht, ich bin es mir wert, einen Partner zu haben, der aufrichtig an mir interessiert ist, ich bin es mir wert, einen Partner zu haben, der an meinem Leben interessiert ist, ich bin es mir wert, einen Partner zu haben, der treu ist, ich bin es mir wert, einen Partner zu haben, etc., 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 Ja, darum geht es. Und dann ist eben auch die Frage, wovon machst du eben deinen Wert abhängig? Zum Beispiel, das sind nämlich auch dann eben alte Glaubenssätze, die sich auch gefangen halten. Zum Beispiel sagst du vielleicht Alter. Ja, du sagst ja, ich bin ja eh, vielleicht bist du älter als dein Gegenüber. Ich bin ja eh so alt, der mag mich doch eh nicht oder sie. Ich bin viel zu alt, ich habe die Falten. Ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich habe so große Brüste, kleine Brüste, ich habe dies, das. Ich habe ja kein Auto, genauso wie sozialer Status. Machst du dich von deinem Status abhängig? Das heißt, ich bin ja nur das und das. Ich bin jetzt hier nicht Topmanager. Ich habe ja eh kein Geld, der findet mich doch eh blöd oder sie, weil ich ja das und das nicht zu bieten habe. Das zeigt alles nicht, dass dein Gegenüber dich deswegen nicht gut findet, sondern es zeigt, dass du deinen Wert davon abhängig machst. Du bist das. Niemand anderes. Du machst deinen Wert abhängig und du entscheidest auch, wer schafft, dich auf deinen Wert runterzuheben, genauso wie hochzuheben. Das heißt, wieder das Thema Unabhängigkeit. Versuch deinen Wert wirklich unabhängig von deinem Einkommen, unabhängig von deinem Aussehen. Du bist ein geiles Ding. Egal wie alt, dick, dünn, groß, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Das ist Fülle decken. Es gibt kein Limit. Du limitierst dich selbst. Und das ist mir wirklich wichtig, dass du einfach verstehst, dass du Schöpfer bist deines Lebens. Du entscheidest über deinen Wert. Du entscheidest darüber, was bin ich mir wert. Wenn du es dir wert bist, diesen Job zu kriegen, wirst du es auch kriegen. Weil du es gleichzeitig damit auch wieder, da kommen wir wieder zum Thema Manifestieren, ja. Damit manifestierst du es gleich, weil du davon ausgehst, dass du den Job kriegst, weil du gut bist in dem, was du machst. Weil du weißt, dass du gut bist. Du musst es niemandem beweisen, weil du weißt es selbst. Genauso wenig musst du dein Gegenüber beweisen, dass du das bist, was er vermisst in seinem Leben. Nein. Du kennst deinen Wert. Du weißt es, dass er, sie, es vermisst. Ja, wenn du nicht in dem Leben teilnimmst, dann hast du Pech gehabt. Wenn du meinen Wert nicht erkennst, dann verdienst du mich auch nicht. Ja, und das ist mir wirklich wichtig, dass ihr wirklich in euren Wert kommt. Und damit ist es nicht nur in Liebe, Beziehungen besser wird, sondern es ist alles. Das ganze Leben strukturiert sich neu, wenn ihr einfach euren Wert erkannt habt und in der Fülle lebt und nicht mehr in diesem Mangeldenken seid und euch selber runterzieht. Weil ihr, wie gesagt, ihr seid der Schöpfer eures Lebens, eure Gedanken. Das sind alles Energien, die ausgesendet werden. Und wenn ihr immer in dieser Mangelenergie seid, in der Mie, 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 ich bin nicht gut genug, Mie, 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 Mie. Der hat eine andere Mie, 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 Mie. Sie hat eine andere Mie, 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 Mie. Die ist ja viel hübscher als ich, Mie, Mie, Mie. Und wie gesagt, ich weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht, dass ich jetzt hier mit Unbelein auf den Fingern zeige. Also hier, ja, es peile ich auch immer wieder rein. Also will ich jetzt auch kein Geheimnis draus machen. Ich peile auch immer wieder rein. Aber ich kann mich natürlich selbst auch rausziehen, weil ich reflektiere und merke, okay, scheiße, du bist ja jetzt in dem Mie, 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 Topf drin mit dem Fuß. Geh mal den Fuß schnell wieder raus und steig mal aus. Und ich mache es halt, indem ich mich dann ablenke. Ich gehe aus der Energie raus. Ich lenke mich ab und dann gehe ich zum Essen schon wieder und atme durch und mache eine Meditation. Also mache das, was für euch greifbar ist. Aber es ist wirklich, glaubt mir, das Leben, das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Das muss eine Konstante sein. Das ist eine Entwicklung. Es gehören ja noch viele andere Themen dazu, in seinen Selbstwert zu kommen. Inneres-Kind-Heilung, Eltern-Themen-Heilen. Das sind alles Sachen, die sind die Grundbasis, was einmal angeschaut werden darf. Weil die großen Themen, die sind ja immer da die Themen, aber die großen Themen zum Auflösen, damit du dich da oben auch halten kannst. Ja, genau. Ich hoffe, es hat vielleicht jemandem hier und da geholfen. Und wenn du vielleicht ein anderes Thema hast, worauf du Bock hast, dass ich darüber vielleicht mal eine andere Sichtweise sage oder vielleicht ein paar Tipps gebe, wie ihr da rauskommen könnt, dann schreibt mir doch gerne auch mal ein Thema rein. Ansonsten mache ich das intuitiv, so wie ich es halt gerade sehe, wie es im Kollektiv auch relevant ist. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.